Also man muss mittlerweile das Ender Auge auf der 1 haben, da chatten alle. Wie viele Zombies da spawnen, ey? Kriegst du sie? Kein Plan, aber ich hab genug Munition. Geht mir. Boah, die treffen mich? Ja, richtig. Na, verdammt, fast. Ich hab auch nicht mehr so viel Munition. Ne, ich treff die nicht. Keine Ahnung. Der eine kommt ja relativ nah hin. Wir können auch uns aufteilen, dass der eine von der anderen Seite vielleicht kommt. Brrrr, der darf. Ihr wisst schon, dass ich wegen euch jetzt Crazy Sinatomy verpasst hab. Oh mein Gott. Hey, bloß nicht so eine Frau, das gibt's nicht. Aber echt. Fögo, du bist nicht nur eine Frau, du bist gleich drei in einem. Hey, ich bin direkt bei... Okay, okay. Schlechter Plan, schlechter Plan, schlechter Plan, schlechter Plan. Komm da raus, komm da raus. Geh da mal weg, tu. Ey, wieso wär's, der da von Zombies so verfolgt wird? Haha, du ein Idiot. Tobi, brauchst du Heiltrank? Ich hab da einen getrunken. Alles Roger in Kambodscha. Ich hab noch nicht die richtige Länge raus, das ist ein bisschen mein Problem. Ja, das ist genau, das... Ich hab aber noch, äh, ich hab auch nicht mehr so viele Pfeile. 34 müssen wir nicht. Vor allem haben die den Futter, die können... Jetzt hab ich ihn getroffen. Ja, gute Arbeit. Weiter machen. Ich hab keine Pfeile mehr. Fuck, aua. Ich hab noch 34. Ah, sorry. Ich kann, ich kann euch geben. Ich hätt gern... Wieder, komm her, krieg's noch Pfeile. Willst du mich heilen, kurz mal? Irgendjemand? Ja. Wird wahrscheinlich ne... Muss noch zweieinhalb Minuten warten. Mich heilen, bitte. Leute, ich hab was sehr Dummes gemacht. Wir sind jetzt gerade hier im Bett und es geht weg, Tobi, Herr Flo. Ja, ich nämlich auch jetzt, dummerweise. Hä? Ja, genau. Gib mir ein Headshot. Okay. Ah, ich treff sie nicht. Das sind drei, das sind drei. Einer ist noch direkt auf den Steg inzwischen. Die haben ja den Futter, die können auf oben und unten ausweichen im Wasser. Boah, ich brauch unbedingt Heilung, Tobi. Der rechte. Der hat mich mit nem Schneeball abgeworfen, das bringt halt gar nichts. Okay, geht noch nicht, gell? Äh, Andi, 1 Minute durch die Sekunden, ja. Ich glaub, wir müssen noch kurz warten. Ich glaub, du kriegst dann einen Stunt. Bin mir aber nicht sicher. Kannst doch den Heiltrank haben, Andi. Wir haben ja genug. Nee, ich hab selber auch noch, aber... Ja, trinkst du mir die Hände, bevor ich draufgehe. Ja, richtig. Trinkt einfach den Scheiß weg. Irgend. Flo, ein bisschen kotzt schon, als sie gestorben sind, gell? Ich bin doch schon wieder in Portsmouth. Hallo. Da ist der Flo. Hi, Flo. So, jetzt... Jetzt kommt das... Wenn wir mal hingehen und die im Nahkampf knüppeln, einfach reinrennen. Alle drei zusammen, ne? Ich geh vor, ich bin Kanonenfutter. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Ich treff nicht. Okay, also drauf, oder was? Oh je. Das gibt's nicht, ich bin so schlecht. Hat der gerade eine Granate geworfen? Ja, hat er, aber die haben jetzt keine mehr. Hallo, hier bin ich. Komm rein, Kinder. Warte, ja. Ich bin... Ich bin dabei. Ach, scheiße, der hat deine Mama. Mehr hat er nicht. Das ist wichtig. Alles klar bei euch? Brody, ihr habt ihn fast down, jetzt killt ihn. Na, komm. Ich treff ihn nicht. Alles klar bei euch? Jetzt kommen die Jungs hinterher. Kinders, 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 komm mit. Ich mach doch keinen Schaden, Holzschwert. Ja, ich treff ihn nicht. Ich geh zurück und loose ihn hier mal. Ich hab ihn getroffen. Aber der ist noch nicht tot, ich hab keine Pfeile mehr. Ich hab nochmal getroffen, ey. Fuck, ich treff dich nicht. Ich hab einfach Glück gehabt jetzt gerade. Ich hab keine Pfeile mehr. Weißt du, das lobe ich ihm nicht. Ja, dann gehen wir zurück, weil an Land haben die echt einen Vorteil, wenn wir keine Pfeile mehr haben. Warum? Fuck, fuck, er hat mich getroffen. Aua. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm, wir gehen ja rüber auf die Seite. Komm her, komm hoch, dann heil ich dich. Könntet ihr... Ich schieße euch noch ab. Ich schieße euch noch ab. Ja, aber jetzt nicht mehr. Ach, 18 Sekunden noch. Doch, immer noch. Ja, aber nicht mehr. Jetzt sehen sie dich eigentlich nicht mehr. Ich hab nämlich auch nur noch vier Herzen. Du kannst mich auch wieder heilen. Ich hab nämlich nur noch zwei Herzen. Ja, dann gehen wir hinter das Haus da. Na, bleib da stehen, Flo. Bleib da stehen, wo du bist. Wir gehen nicht weiter weg als der Steg. Würde ich mal sagen. Herrlich, danke schön. Brauchst du jemanden irgendwo? Ich hab nämlich nichts. Nicht, dass die da wieder in die Kiste kommen die ganze Zeit. Oh, die Kiste ist ja schon wieder da. Na, das wäre ich immer süß. Zombie. Aua. So. Oh, halleluja. Jakob, wie weit bist du denn weg? Das Problem ist, ich hab echt keine Pfeile mehr. Ich hab noch Pfeile, glaub. Gerade eingesammelt. Ich mach mal kurz acht, wenn's... Ah, nee, ich hab nur fünf Pfeile. Ja, die haben eh jetzt Vorteile irgendwie ein bisschen. Warum? Wir müssen jetzt durchs Wasser dahin, wir müssen außen rumlaufen. Ich hab gerade fünf Pfeildränke gefunden. Außerdem haben wir sie ja vertrieben, ich mein... Ähm, Flo, komm mal her, Flo. Ich hab nochmal vier Pfeile. Ja, wir haben keinen erwischt, so wirklich. Flo, komm mal her, ich hab Pfeildränke für jeden. Hier, Flo. Braucht noch wer eine Schere? Nee. Naja, ich hab nicht mal mit. Komm, wer braucht jetzt einen Pfeildrang? Hm, ich hab noch... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich hab jetzt acht oder so. So, wo sind sie jetzt? Die sind nicht mehr da. Ne. Uh, Schüssel und ein Pilz. Toll, ja, komm, jetzt haben sie deine Ausrüstung. Nee, nee. Dann wahrscheinlich nicht, weil ich bin im Wasser gestorben. Wenn du im Wasser stirbst, fällt alles gleich auf den Boden runter. Ja, nee, du wärst doch ein Zombie, oder nicht? Stimmt, du bist ein Zombie, ja. Stimmt, ja, stimmt. Aber dann hätt er mich als Zombie töten müssen und dann runter... schwimmen müssen. Hat jemand Kakao? Naja, das haben die doch sicher gemacht, oder? Ich wollte gerade ein paar Cookie-Fan. Es war ja der eine allein und der war auch schon ziemlich kaputt. Dann nimm mal das hier noch. Welche Schaden bekommen gerade von uns? Der hat schon zu viel gehauen gehabt. Ich hab Kakao noch. Tobi, kommst du mit, da hinten ist ein Spieler. Wo ich hin... Komm, lauf mir hinterher. Ja. Wo seid ihr? Wo komm ich mit? Äh, hier. Ah, da drüben, tatsächlich. Aber ihr seid schon noch den Ports macht, oder? Ja. Und wir sind jetzt noch alleine hier. Ich bin 500 entfernt. Ich bin 500 entfernt. Tobi, siehst du, da oben ist ein Spieler. Und da ist der Crafting-Table drin. Das lootet mal alles für mich. Verdammt, der rennt weg. Ja, ist okay, er wird vom Zombie verfolgt. Er läuft, die Zombies weg. Ist gut, ist gut. Das Problem ist, bei mir leckt der Server heute ein bisschen nötig. Was macht der? Oh, der zieht die her, der zieht die her. Oh, Flo, der zieht die her. Ja, ich muss kurz... Ja. Ich geh einfach rein und lasse alles. Warum... Hallo, Spieler. Du bist auch tot. Ja, okay, 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 die Zombies mach ich. Viel Spaß. Gut, gut, alles weg, alles weg. So, ich hätt gern Heilung, bitte. Ja, klick's. Drei Sekunden muss ich noch warten. Hä, bei mir stand gerade, dass du getötet wurdest, Don-Team. Ah, nee, du hast jemanden gemeldet. Oh, kann mich auch noch mal jemand heilen, wenn's geht? Da oben ist ein Spieler. Ich brauch auch noch Heilung. Ich glaub, in Portsmouth geht er... Komm her. Oh, nee, 32. Hinter dir, Helga, hinter dir. Alles easy. Jetzt ist alles easy. Boah, der Jakob mag's nicht, wenn ich alles easy sag. Nee, nur in LoL mag ich's nicht. Wenn du support spielst. Ja, dauert noch zwei Minuten, weil ich... Wenn du support spielst und dann wieder gerade so wegkommst, sag alles easy. Alles easy. Ja, 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 ja. Oh, oh. Jetzt hab ich auch einen Spieler getötet. Ich kann bestimmt heute Nacht nicht schlafen, deswegen. Ja, du böser, böser. Wie fühlt es sich denn an beim ersten Mal? Flo, wo bist du denn jetzt? Geil. Hier in dem großen Hausie-Strende. Ähm, wo ist der Crafting-Table? Weil ich hab auch noch Zeug. Hier unten ist einer. Leute, ich komm über den Wasserweg zu euch. Nackt. Kommt zum Steg, wenn ihr mich am Steg erfangen könnt. Ich hab zwar nix für dich, aber ich empfang dich am Steg. Nackt. Ja, komm, Zombie, auch richtig, was du gehüpft. Wir sind alle nackt. Echt? Ich nicht. Sorry. Du weißt das immer noch nicht. Komm mal mit, Helga. Ich hab noch was. Nein, ich geh zum Paulin Jakob. Wo ist hier noch irgendwo einer? Ich hab noch was, ich hab noch Crafting. Kommt mit einer mit, bitte. Ja, okay, ich pass auf dich auf, Shibu. Nur einer? Ja, okay, dann geh ich nicht mit. Wer will mich heilen? Ich nicht. Wer schweißt du im Schneeball ab? Ich nicht. Frieda, kannst du mich heilen, bitte? Dann sind es Gegner, dann sind Gegner im Schnee. Ja, hier ist der Shadow-Bockwurst. Und der Oliver Moos, der Oliver Moos, der hat mich getötet. Frieda, heil mich mal bitte. Er hat sich getötet. Der Oliver Moos, der hat mich getötet, ja? Ach so, vorhin. Beide am Steg. Beide am Steg. Ja, das sind die von vorhin. Ja. So Bockwurst. Kann ich nicht heilen. Wieso? Wenn ihr die mal kaputt macht, haben die zwei. Ja, ich gucke. Komm, willst du bitte außen rumlaufen? Oliver Moos, die kommt zu euch in die Stadt. Okay. Ja, Frieda, heilst du mich gleich mal? Ja, ich bin es gerade beschäftigt. Der ist an dem Eingang, wo wir reingekommen sind vorher. Ja, ich sehe ihn. Fuck, Blub, komm mal zurück. Ich bin fast hoch. Was? Weil ein Zombie mich eigentlich... Frieda, heil mich jetzt! Ja, ja, wo bist du denn? Ich stehe hinter dir! Da bist du! Schieß mich nicht ab. Ach, mir kommen alle rein. 30 Sekunden dauert es noch. Ähm, Jungs, wir brauchen euch. We need you. Ja, ich bin auf der Stube. Jetzt mal kurz. Hä? Was ist da hier? Die Roller-Mode. Town Team Zombies are not friendly. Fuck. Schon wieder Coogee. Ah, Mann. Oh, Mann, der hat... Boah, hier sind noch zwei Gegner. Hier sind noch zwei Gegner. Ach, Scheiße! Ja, eben, der Oliver Ding und der andere. Scheiße! Ah, Hilfe! Schön, Frieda. Bist du da, Helga? Ja, heilst du mich jetzt mal bitte? Jetzt kann ich dich heilen, ja. Kannst du mich auch bitte heilen? Aber da kamen zwei Killer noch. Ja, go, go. Ich brauchst noch zweieinhalb Minuten. Okay, okay. Wir sind richtig inkompetent. Boah, hinter dir... Ja, los, 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 los. Ich bin auch gestorben. Ich bin auch gestorben. Klasse. Lebt keiner mehr jetzt, oder was? Achtung, Granaten. Ich weiß nicht. Helga lebt noch. Gott, wo ich wieder spawnen? Hey, Mann. Das kann ich denn... Also, Helga nimmst du jetzt auf. Nein, ich kann jetzt nicht aufnehmen. Ich bin mitten im Kampf. Ich steh mitten im Gebäude drin. Mein Gott, wir sind so inkompetent. Das ist ein Hammer. Ich würde jetzt die Aufnahme beenden. Okay, ich bin tot. Ja, also beenden wir jetzt die Aufnahme. Oder sollen wir gleich weitermachen und uns einfach finden wieder? Weiß ich nicht. Ich würde mich ärgern, ich bin schon wieder direkt bei Portsmouth gesporen. Seht ihr in der nächsten Folge, oder? Ja, genau. Also, ich muss dich erst mal bringen. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.